Was? Darf ich dir trinkt? Meine Damen und Herren, jetzt haben wir uns einen ganz großen Höhepunkt, weil da drüben steht auch der schmuckhafteste Throne aller Zeit. Der war auch mal luxuriös. Die Holzklasse hier. Meine Damen und Herren, 9 Euro Ticket. So sieht's auch. Mit dem 9 Euro Ticket ist sie auch zu uns gekommen, meine Damen und Herren. Hier ist unsere wunderbare Königin. Und wenn die Königin steht, stehen wir auch. Et voilà. Liebe Königin, darf ich dir das hier überreichen? Ich darf ja nicht trinken, bevor die Königin getrunken haben. 20 Stunden Regionalexpress. War die Bahnfahrt in Ordnung von Holland bis hierher? Ich? Ich? Ja, muss klar. Die Königin spricht nicht. Sie sagt immer nein. So. Ja. Also, ich höre irgendwelche Geräusche dahinten. Nein. Ich muss jetzt nicht weiter. So schnell hier erstmal. Prüste ich euch erstmal genau. Prüste ich euch erstmal genau. Die Königin schön trinken. Aha. Haben wir so viel Geneva da? Und... Ah, okay. Aha. Liebe Königin, wir haben hier natürlich einen wunderbaren Thron da drin vorbereitet. Und da darfst du jetzt Platz nehmen und dir die wunderbare Show zusammen mit deinem... Bist du heute allein hier? Bist du zu zweit? Nein. Nein. Ach, dahin. Ach, da ist der Hofstaat. Bist du der Clown am Hofstaat? Ich wollte nur fragen. Die Königin braucht ja auch ein bisschen Anguissemengen, ne? Auf jeden Fall würde ich sagen, nimm doch auf deinem wunderbaren Trommendorfplatz und guck dir das zahlhafte Programm an, was die Griselda und ich heute für dich zusammengestellt haben, ne? Viel Spaß dabei! Unsere Königin! Ja, ja. Buf! Team Vaterland getrouwen, salat mit niemandem mehr. No, ich fördicopes niks? Ja, das klappt und dś分, ja? Untertitelung des ZDF für funk, 2017